Moin und herzlich willkommen zum Ovinux Kurzgesagt Guide. Eine Phase, vier Cleef müssen wir dabei haben für die kleinen Ads und AOE-Stops. Kampfrausch gibt es zum Pull. Die Boss Area ist in drei Teile aufgeteilt. Überall hier sind Eier. Ihr seht es an der Beschriftung, wo eher große, eher mittlere oder eher kleinere Eier sind oder Eierhaufen. Die anderen sind da auch zwischendurch immer wieder, aber wie gesagt überwiegend. Ihr seht in den weißen Kreisen so Bottiche, die werden nachher auch noch wichtig. Die Ads, die aus den Eiern kommen. Die kleinen Eierhaufen spawnen viele kleine Parasiten, die rennen Leuten hinterher. Versuchen die zu beißen, wenn die das schaffen, gibt es zwei neue Würmer und außerdem Damage. Deshalb C10 und schnell niederknüppeln. Das mittlere Ei, das ist so ein längliches, da kommt ein Wurm raus, der die ganze Zeit versucht, Raid Damage, einen Raid Damage Zauber durchzukasten. Und aus den großen Eiern spornt eine große Krabbe oder eine Spinne, die man eingestellt hat. Auch die müssen irgendwann niedergemacht werden. Die werden getankt und machen immer mehr Schaden an den Tanks. So, das ist die normale Version. Hier unten ist die verstärkte. Da steht schon durch die Suppe ausgebrütet. Das gucken wir uns jetzt an. Wir holen die erstmal nicht verstärkt raus, indem wir die experimentelle Dosierung, den lila Kreis, um zwei Leute nutzen, Eier kontrolliert zu spawnen. Und zwar gehen wir dabei, wie das hier schon ist, als erstes die Eier, die nah an den Bottichen stehen. Es wird immer von dem Bottichen bis zur Mitte hin nach und nach abgearbeitet, was wir rausholen an Eiern. Wenn wir das nämlich nicht machen, oder alle Eier, die wir nicht schaffen, so rauszuholen, wird der Boss mit den Bottichen rausholen. Der läuft dann nämlich irgendwann hin zu dem Bottichen, den er am nächsten ist, sippelt da draus und stößt das Ding dann mit dem Schwanz um. Und dann läuft da die Suppe raus und macht alle Eier, ja, brütet die sozusagen im Schnellkochtopfverfahren aus. Die werden verstärkt und außerdem gibt es, wenn die Eier platzen, ordentlich Rage schaden. Das möchten wir nicht. Die dritte Fähigkeit ist relativ langweilig. Das sind einfach nur Lilas Wörlis auf dem Boden, die in Wellen kommen, da einfach nicht drin stehen. Ja, das war der Opinax, kurz gesagt, Guide.